Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Company of Heroes. Jawohl. So, da wir die Invasion der Normandie beendet haben, kommt jetzt nun Kapitel 1, Operation Market Garden. Ja, ihr seht es ja hier schon, Mission auswählen. Ein Kollege von mir hat für mich schon angefangen. Aber das tut nichts zur Sache, denn wir fangen natürlich mit der Wolf-Hetze an. So, damit sag ich mal, achso, ich muss noch eben kurz was anderes einstellen, Optionen, Audio ein bisschen lauter machen. So, insgesamt Lautstärke, machen wir so, bestätigen, alles klar. So, Mission auswählen, alles klar, Wolf-Hetze auf Normal spielen. Mission starten und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Und wir sehen uns auf. So, Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben noch nie ein Gewehr in der Hand gehalten. Und doch sind sie das Beste, was wir noch haben. Erfreu dich im Krieg, solange es noch geht. Der Friede wird die Hölle. Denk an das, was Mutter immer sagte. Schaff dir den Himmel auf Erden. Wenn das der Himmel ist, kleiner Bruder, wie sieht dann jetzt die Hölle aus? Alle auf ihre Posten. Zuhören, Kampfgruppe Leer. Besetzt die Flugabwehrgeschütze und schießt alle feindlichen Flugzeuge ab. Machen wir so. Und damit herzlich willkommen zurück. Jo, wir müssen das hier besetzen. Das ist ein Flugabwehrgeschütze. Jawohl. Machen wir. Ähm. Ähm. Aber mehr haben wir nicht. Okay. Gut. Nein, mehr haben wir nicht. Ei, 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 ei. Sehr schön. Machen wir doch glatt. Okay. Gut. Ein bisschen zack, zack, wenn ich bitten darf. Danke. Oh, Missionsziel erfüllt. Was war das für eine schwere Aufgabe. Huiuiuiuiui. Einbau und Transporter sind auf dem Weg, um unserer Kampfgruppe Tod und Verderben zu bringen. Wir haben den Kontakt zu den anderen Divisionen und zum Hauptquartier des Feldmarschalls in Arnheim verloren. Anscheinend haben sie wie am Didi zuerst unsere Kommunikation ausgeschaltet. Bis wir den Kontakt wieder hergestellt haben, verteidigt die Kampfgruppe Leerwollfetze. Panzergrenadiere sollen an diesen Positionen die Flugabwehrgeschütze bemannen. Ich habe angeordnet, dass Fahrzeuge vom 113. Regiment den Kampf gegen die Kommandoeinheiten unterstützen. Oberkommando und Generalmajor Voss müssen alarmiert werden. Wenn der Feind bei Tageslichtfallschirmjäger absetzt, wird das kein kleineres Scharmütze. Durchhalten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jawohl, da tun wir. Was haben wir hier? Geschwindigkeitsschub. Auch einer, okay. Ah, sehr schön. Ei, ei, ei. Können die schießen? So, wir müssen irgendwelche Sachen... Ne, AT-8 ist das. Sehr schön. Na, komm, 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 komm. Ui, da kommen noch mehr ab. Hey, was liegt denn da so schönes? Ah. Äh, Mörser, Mörser, Mörser. Warum nicht mal Mörser? Nein. Boah, geht das hier ab, ey? Oh. Nein. Du, Rückzug. Leichtes Maschinengewehr, jawohl, machen wir. Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Sehr schön. So, ich mach das diesmal anders. Was? Nicht so hastig. Ich bitte drum. Das schafft die AT-8 nicht alleine. Da müssen wir helfen. Okay. Da ist noch eine Abwehr. Ah, ne. Wo sind die anderen? Da. Ich gehe an das im Weg. Wir flüßen rüber. Auf uns. Gute Arbeit mit der AT-8 zur Besserung zur Verfügung. So. Wir erwarten Ihre Befehle durch. Wir erwarten Ihre Befehle. Wir erwarten Ihre Befehle. Wir sind von C-Sitz-Burten. Und? Sehr schön. Sehr schön. Wir sind eine weitere feindliche Einheit zum Opfer gefallen. Wir haben die andere Befehle. Ui, 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 ui. Wo stürzen die ab? Die AT-8 ist noch bemannt. Sehr schön. Sehr schön. Ihr Spähwagen. Rücken ab. Erlenig die Sehnsatzelisten. Dreif Ihre Schützengruppe an. Sprechen Sie. Na komm. Nein. Erlenig die Sehnsatzelisten. Einer noch. Einer noch. Sehr schön. Wo schießt du denn hin? Uah. Alter Schwede. Der ging ja mitten rein. Flugabwehrgeschütz wird angegriffen. Wo, wo, wo? Oh. Scheiße. Wo sind meine... Wo sind... Hä? Ach da. Okay. Ja, sehr schön. So, kommt. Dann schafft die AT-8 nicht alleine. Sehr schön. Wir haben dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. Wo war die AT-8? Äh, da. Schon mal da hinsetzen. Keine weiteren Kontakte. Was ist los? Sehr schön. Gruppe bereit. Einfache Reparaturen werden eingeleitet. Na, ich bitte drum. Verbesserungen eingeleitet. War es das? War es? Wow. Aus sie mit Gebrüll. Das schafft er, das schafft er. Sehr schön. Wo sind denn noch mehr? Da. Da sind nur noch zwei. Eieieiei. Eieiei. Puh. Ach so, kann ich ja... Zack. Und... Das ist keine Übung. Wir sind wirklich angeschissen. Bewegung, Bewegung. Bereit, ihre Befehle auszuführen. Ich gehe an das MG. Du fährst uns darüber. So, 67 von 61. Ach du meine Güte. Gebt sie uns, ihre Befehle, doch wenn sie eingeleitet. Aber ich kann doch nirgendwo was anderes... Aaaaaah! Da sind ja noch mehr. Da sind ja noch mehr. Wo sind sie hin? Da sind sie. Kann ich... Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da sind sie. Noch zwei Minuten durchhalten. Sehr schön. Autsch. Puh. Wo sind meine Darsons? Da sind sie gut. Hehehehehe. Okay. Der ist repariert. Den reparieren. Den reparieren. Die kommen auch von selbst. Da brauche ich nicht extra hinzufahren. So. Reparieren könnt ihr später. Oh, 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 oh. Noch 50 Sekunden. Da sind sie. Aaaaaah! Na ganz toll. Nur weil da so ein Flugzeug abgestürzt ist. Ach du Scheiße. Da sind sie jetzt einsatzbereit. Wir machen uns an die Reparatur. Werder, werder, werder. Wir können gar nicht verlieren. Wir haben dem Feind einmal einen vernichten, der Mann verfügt. Sehr schön. Ziel ausgeschaltet, aber schlussend vorbereitet. So. So, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Fertig. Wir haben eine Feinde. Sehr schön. Wir haben eine Feinde vernichtet. Die Kommandoeinheiten wollen vermutlich nach Wolfhetze vorstoßen. Wenn sie das Gleisgelände sichern, könnten sie von dort aus Arnheim angreifen. Die Kampfgruppe soll entlang der Schienen an diesen wichtigen Positionen in Stellung gehen. Besetzt die 8-8 und schieß auf alle Fahrzeuge, die du siehst, Bruderherz. Rüste die Panzergrenadiere mit Panzerschrecks aus und erhöhe ihre Feuerkraft. Die Briten dürfen auf keinen Fall an Wolfhetze vorbeikommen. Okay, das hört sich nicht gut an. Wir erhalten soeben eine Meldung aus dem vorgelagerten Sektor. Wir haben drei bestätigte Sichtungen von feindlichen Lastenseglern. Formieren und ihre Positionen angreifen. Äh, ja? Wir werden die Lastensegler abwittert verteidigen. Schaltet sie aus, bevor uns ihre Einheiten überrennen. Machen wir doch glatt. Sehr schön. Ach du Scheiße, wie viele Einheiten kommen denn da? Na komm, komm. Sehr schön. Ui. Ui. Komm. Sehr schön. Und zerstören. Einen haben wir. Hier ist der Nächste. Den Lastensegler zerstören. Los! Attacke! Oh, Mörser, Mörser, Mörser. So, komm, 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 komm. Der muss weg, der muss weg. Sehr schön. Jetzt die hier. Wo hab ich denn mein... Wo hab ich denn mein... Dann hier hin. Sie ist gesichtet. Ah, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Wie lange braucht ihr denn noch? Jetzt los. Ziel gesichtet. Dauert nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange. Oh, war ja klar, ey. Fünf. Oh, da sind ja noch mehr. Hier sind noch zwei. Eins. Eins. Ja, komm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Sehr schön. Sehr schön. Wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass der Feind unsere Linien durchbricht. Puh. Diese Position verteidigen. Machen wir. Die Konvoi vernichten. Okay, machen wir. Oder zumindest... Boah, was ist denn das jetzt am Lacken? Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Müssten wir ja wohl, ne? Hier ist noch eine 88. Wir müssen... Bereit. Bereit. So. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Wir sind überall feindliche Einheiten. Alle Jeeps vernichten müssen wir haben. Okay. Aber mein Bevölkerungssimmel ist leider erreicht. Okay. Ah, ich glaube, die können ja nur von da kommen. Wir stehen unter Beton. Der Feind verliert immer mehr seiner Fahrzeuge. Sehr schön. Sie sind tot. Nicht so viel. Oh, 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 oh. Sehr schön. Und wenn die 88 mal wenigstens ein bisschen besser zielen würde... Habe ich hier nicht noch eine 88? Da. Nein. Nein. Kann ich noch nicht aufrüsten. Die habe ich gerade aufgerüstet. Äh... Bup, 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 bup. Wir erwarten Ihre Befehle. Marserbeschuss wird vorbereitet. Fress Blei, ihr deutschen Hundes. So, da kommen die Nächsten. Ohaha, ohha, ohha, ohha. Der muss zerstört werden. Nein! Oha, ohha, der ist weg. Scheiße. Und nicht ein... Jaaa, shit thing. Mistverdammter. Der Orden war doch so wichtig. Ja, sprechen Sie. Geben Sie uns Ihre Befehle durch. Wir geben uns eine Vorrede an. Ich komme wieder. Oh. Was ist los? Verstanden. Brücken ab. Gruppe, bereit. Der Feind verliert immer mehr seiner Fahrzeuge. Mit was? Mit Panzer, grenadieren, reparieren. Machen wir. Wir sind von den Anstrengen bereit. Aber dann geht's los. Oh, nee, nee, nee. Wir sind tot. Nächstes Ziel. Sehr schön. Wir haben ein weiteres Fahrzeug vernichtet. Äh, da ist der Mörser. Machen wir. Sehr schön. Der muss zerstört werden. Genauso wie der hier. Weg mit dem. Sehr schön. Eieieieieieiei. Eieieieiei. Was haben wir denn hier alles? Okay. Den kann ich noch nicht. Oh, Backe. Jetzt geht's ab. Sehr schön, sehr schön, sehr schön Außer Kontrolle Sehr schön Scheiße, dass eine Jeep durchgekommen ist Ärgert mich So, sehr schön Kann ich leider nicht mehr einnehmen Sehr schön Sehr schön Ah, der ist nun komplett Sehr schön So, die ETI darf nicht zerstört werden Komm, mach doch mal hin Super Die beiden müssen weg Feuer verlagern Feuer verlagern Sehr schön Sag mal, wie viel kommen denn da noch Sehr schön Die ETIs, die ballern hier aber richtig gut von weg, ey Mission, ah, super Aber einer ist leider durchgekommen Und das heißt, oh, nicht verliehen Was? Mission erfüllt Super Naja, Kampfabzeichen der Flaggbatterie Alle Jeeps vernichten Ja, einer ist leider, leider durchgekommen Aber nun gut Kann man nichts dran ändern Gut, das war die erste Mission Ich werde das jetzt in 20 Minuten Parts wieder schneiden Habe hier zwar keinen Timer gehabt Aber egal Werde ich schon irgendwie schaffen Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagmorgen Und ich sag mal Bis bald Tschüss Tschüss